Aktien im Fokus, heute mit neuen Daten und Big Data ist das Thema. Da kam ein Unternehmen mit Quartalszahlen, das so ein bisschen mystisch daherkommt. Nach dem Intro geht es zusammen mit dem Roland Jägen los. Guten Morgen Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen. Heute ohne anderen virtuellen Hintergrund. Ich dachte, du bist in der Asser-Warten-Kammer oder irgendwie mit Disketten. Das hätte vielleicht auch gepasst entsprechend. Heute geht es um die Palantir-Aktie, also ein sehr bekanntes Software-Unternehmen aus dem Bereich Big Data. Also die Analyse von Daten ist da das Kernthema und die Aktie schauen wir uns jetzt vor dem Hintergrund der Quartalszahlen nochmal etwas genauer an. Sehr gerne. Die sind auch sehr vollmundig in ihren Ausstaffierungen, was sie so anbieten. Also hochperformante Software-Plattformen werden entwickelt. Vier große sind es an der Zahl und die sollen die Organisation des 21. Jahrhunderts unterstützen. Und damit sind gemeint alle Organisationen, ja Unternehmen, also wie Behörden als auch ganze Regierungen. Wenn man sich das auf Deutschland-Ebene anschaut, da ist das Unternehmen durchaus umstritten. Auf jeden Fall, insbesondere auch aufgrund der Nähe zu den US-Geheimdiensten und seiner Überwachungssoftware steht das Unternehmen immer wieder in der Kritik. Wir hatten auch schon über den einen oder anderen Fall hier in den vorherigen Formaten berichtet. Von daher gehen wir heute nicht nochmal näher darauf ein. Genau, aber wir wollen zur Geschichte nochmal ein paar Fakten auf den Schirm bringen. Also ein amerikanisches Unternehmen, was tatsächlich aber auch ein bisschen deutsche Wurzeln hat. Peter Thiel war da mit dabei, 2004 gegründet in Kalifornien im Silicon Valley, aber dann nach Denver umgezogen und auch über den Gründer hatten wir einiges gesagt, der eine sehr schillernde Gestalt ist und der auch für die Namensgebung mit verantwortlich war. Ganz genau. Alex Carp ist in der Tat ein bunter Vogel, könnte man sagen. Und der Name Palantir entspricht der Bezeichnung der sehenden Steine aus Herr der Ringe. Doch da hieß es entsprechend Palantiri. Und da hat man entsprechend, ja, das ist der Ursprung des Namens, den Alex Carp dann ausgewählt hat. Man bedient sowohl die staatlichen Kunden, dazu gehören natürlich insbesondere die Bundesbehörden in den USA, aber auch andernorts und die Nachrichtendienste entsprechend. Da hat man die unterschiedlichsten Sicherheitssoftwares und Überwachungssoftwares kreiert entsprechend. Aber man arbeitet mittlerweile auch sehr eng mit unterschiedlichen Wirtschaftsunternehmen zusammen, sei es in der Finanzbranche, in der Pharmabranche, aber auch in anderen Bereichen, Energiebranche. Also da bedient man doch ein sehr breites Spektrum. Und man bedient sich auch anderer mystischer Wörter, zum Beispiel Palantir Gotham, das erinnert ein bisschen an Batman und so weiter, Warface Monitor. Also das klingt schon sehr brachial, wobei auch dabei garantiert wird, dass es nicht eine lange Implementierungsarbeit bedarf, um die Tools einzusetzen, sondern dass es im Grunde genommen ab dem ersten Tag, wenn es scharf geschaltet ist, auf die Daten aufgesetzt einen Mehrwert bietet. Ganz genau. Es soll sehr schnell dann auch seine Wirkung entfalten, sowohl hier bei den Behörden als auch zum Beispiel bei Banken oder Hedgefonds oder anderen Finanzdienstleistern, um entsprechend auch große Datenmengen aufzubereiten. Und ja, da bedient man in der Tat auch eine Nische. Man kann hier auch aus unterschiedlichen Systemen heraus die Daten aufbereiten. Und das ist ein großer Mehrwert für die Kunden entsprechend. Und mittlerweile arbeitet man ja auch mit weiteren großen US-Konzernen zusammen, insbesondere wenn es um Daten geht. Man hat ja auch eine Partnerschaft mit Oracle bekannt gegeben. Und ja, das hilft sicherlich in der Palantir auch weiter. Das hat in der Vergangenheit auch dazu geführt, dass eben immer mehr Kunden mit immer höheren Voluminas auf die Produkte aufmerksam geworden sind. Das hatten wir aus den letzten Jahren hier einmal grafisch dargestellt von 2019 von einem Umsatz von 750 Millionen sind wir mittlerweile über die Zwei-Milliarden-Schwelle gekommen. Ja, schon starke Wachstumsraten in den letzten Jahren. Und die Prognosen sehen auch weiter gut aus. International übrigens und Government und Commercial, das hält sich so ein bisschen die Waage. Also man hat sich da nicht nur auf Regierungen und Behörden spezialisiert oder nur auf Unternehmen, sondern versucht eben den Gleichlauf zu gewährleisten. Ganz genau. Mittlerweile fast 50-50, was die Umsätze hier anbelangt. Und auch man versucht sich wirklich ein bisschen weltweiter aufzustellen. Natürlich weiterhin die Kernumsätze in den USA, aber auch im Rest der Welt versucht man immer weiter hier zu wachsen. Ja und insbesondere die Aktionäre und Aktionärinnen schauen natürlich drauf, macht das Unternehmen überhaupt Gewinn? Und das war in den ersten Jahren nach dem Börsengang eben nicht der Fall. Der Verlust wurde aber kleiner, kleiner und es ist tatsächlich dann gelungen, zum Jahreswechsel hier erste Gewinne zu verzeichnen. Das hat der Aktie nochmal einen extra Schub gegeben. Und daran haben sich dann auch Anleger orientiert, insbesondere weil Palantir auch das Zauberwort künstliche Intelligenz mit ins Spiel brachte. Genau und einer der vier verschiedenen Software-Suiten, die Palantir anbietet, bedient eben dieses Thema KI entsprechend, das heißt Artificial Intelligence Plattform, AIP entsprechend. Und da erhofft man sich wirklich auch große Wachstumsraten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und das ist so ein bisschen auch die Fantasie, die in den letzten Monaten hier in der Aktie gespielt wurde. Ja und die war im Vorfeld der Quartalsschalen schon ziemlich hoch. Ob die Zahlen erneut bombastisch, so hat es der Aktionär getitelt, werden, das hat man gestern erwarten dürfen. Die Zahlen kamen nachbörslich und zuerst ging es nach oben und dann aber wieder nach unten, also ein Hin und Her. Genau, in der Tat und die Zahlen waren insgesamt sehr gut, kann man sagen. Der Umsatz ist stark angewachsen und mehr als 20 Prozent jetzt entsprechend auf mehr als 634 Millionen US-Dollar. Das war auch deutlich mehr, als die Analysten prognostiziert hatten. Die hatten mit ca. 615 Millionen US-Dollar hier gerechnet. Beim Gewinn je Aktie konnte man auch die Erwartungen schlagen, hier entsprechend mit 8 Cent je Aktie. Im Vorjahresquartal waren es noch 5 Cent je Aktie. Der Konsens lag dazwischen bei ca. 7 Cent. Und warum ist die Aktie erst nach oben und dann nach unten weggebrochen? Das liegt auch immer daran, dass im Nachgang der Zahlen die Memos veröffentlicht werden. Dann wird der CEO eingeladen bei mehreren Fernsehsendern beispielsweise. Da habe ich hier das Bild mal von CNBC entliehen, wo er ohne rote Brille diesmal übrigens im Interview stand. Und da hat er eben auch gesagt, dass auf Jahressicht es nicht so ist, dass diese Wachstumsraten aus dem ersten Quartal jetzt einfach nach oben erweitert werden können, sondern erst mal gedämpfte Hoffnung auf weitere steigende Umsätze gezeigt. Das war so ein bisschen eine kleine Enttäuschung. Also aufs Gesamtjahr gesehen hat man selbst die Erwartungen etwas zurückgeschraubt. Da erwartet man nicht die großen Steigerungsraten vielleicht vom Beginn des Jahres. Aber dennoch sind die Aussichten insgesamt durchaus sehr optimistisch, muss man sagen. Hier sieht man auch an den Zahlen, also auch für das laufende Geschäftsquartal wird ein Umsatz von ca. 649 bis 653 Millionen Dollar hier prognostiziert. Und entsprechend auch bei den Kunden, beim Kundenwachstum sieht man, dass da einiges geschehen ist in den letzten Monaten und Quartalen. Es gibt viele neue Deals, die man abschließen konnte, auch mit Großkunden. Und da sieht man hier auch an dem entsprechenden Volumen 21 neue Deals mit einem Volumen von mehr als 10 Millionen US-Dollar. Also das sind schon wirklich neue Großkunden, die man hier gewinnen konnte. Und da es eine Software über Lizenzvertrieb ist, sind das ja auch Kunden, die dann dauerhaft für die Umsätze sorgen. Ganz genau. Es geht ja um wiederkehrende Einnahmen, um Serviceeinnahmen entsprechend. Und wenn man dann mal den Kunden gewonnen hat und der ja auch mit der Software umgehen kann und davon letztendlich begeistert ist, dann bleibt er vermutlich auch sehr, sehr lange Kunde und sorgt eben für diese kontinuierlichen Umsätze. Die sollen auch kontinuierlich weiter steigen, so die Prognosen bis 2026 hinein bei gleichbleibend hohen Margen. Das wird ja alleine schon mal die Aktionäre verzücken. Aber weil der Kurs schon stark angestiegen war in diesem Jahr alleine um 46 Prozent, darf man schon mal die Frage stellen, ist die Bewertung dann noch gerechtfertigt? Die ist in der Tat sehr ambitioniert, um es mal so auszudrücken. Entsprechend auf einem sehr hohen Niveau kommt natürlich etwas zurück, entsprechend dann über die steigenden Gewinne entsprechend. Und ja, muss man mal sehen, wo man da vielleicht in ein, zwei Jahren liegt. Auf diesem Niveau möchte man als langfristiger Investor eher nicht einsteigen. Das sagen sich auch mehrere Analysten. Das ist sehr breit gefächert, das Rating. Es sind jetzt nicht alle Analystenhäuser zugegen, die auch zum Beispiel bei Apple oder anderen großen Stocks hier kommentieren. Aber es werden immer mehr, die aber trotzdem alle eine unterschiedliche Meinung haben. Ja, in der Tat sehr unterschiedliche Meinungen. Das mittlere Kursziel liegt ja auch unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Aber es sehen auch viele weiteres Potenzial in der Aktie bis in den Bereich von 35 Dollar hier und mehr. Aber die Meinungen gehen hier in der Tat sehr, sehr weit auseinander. Jetzt bin ich mal gespannt, wie deine Meinung zur Chartverfassung der Aktie ist mit dem Free-Stocks-Tool. Ja, schauen wir uns die Aktie hier zunächst im Wochenchart an, im Big Picture. Und da sieht man, dass die Aktie zunächst im Jahr 2021 und 2022 stark unter Druck geraten ist, sehr weit auch von den Allzeithochs entfernt ist, wie wir Anfang 2021 bei 45 Dollar ausgebildet haben. Aber Anfang des letzten Jahres konnte die Aktie sich schon stabilisieren, den Turnaround schaffen und ist seitdem eigentlich in einen schönen Aufwärtstrend übergegangen. Das sieht man hier noch besser auch im Tagesschart. Immer wieder wurden neue Hochs, höhere Hochs, höhere Tiefs auf Tagesbasis ausgebildet. Und zuletzt kam die Aktie jetzt seit Anfang März etwas zurück entsprechend hier Richtung der gleitenden Durchschnitte, die aber weiterhin alle aufwärts gerichtet sind. Die Aktie konnte sich stabilisieren über der vormaligen Unterstützung bei ca. 20 Dollar. In diesem Bereich lag ja auch der 100-Tage-Durchschnitt. Und man hat in den letzten Tagen vor den Quartalszahlen eigentlich wieder einen schönen Aufwärtsimpuls gestartet. Wenn man jetzt reinschaut, was gestern nachbörstlich passiert ist, sieht man ja zunächst die Aufwärtstendenz. Dann wurde die Aktie dennoch abverkauft bis in den Bereich von ca. 23 Dollar. Das heißt, es wird heute dann vermutlich zur Kasseröffnung auch einen Abwärtsgap geben. Wir sind im Bereich hier des 50-Tage-Durchschnitts bei ca. 23 Dollar. Vielleicht sehen wir auch nochmal, dass die Marke von 22 Dollar hier von oben getestet wird. Das ist auch eine wichtige Unterstützung hier auf der Unterseite, die vielleicht dafür sorgen könnte, dass dann in diesem Bereich sich die Aktie stabilisiert und dann durchaus einen weiteren Aufwärtsimpuls starten könnte. Also solange sich die Aktie hier in dem Aufwärtstrend befindet, insbesondere über 20 Dollar, ist der schöne Aufwärtstrend weiterhin intakt und man kann vielleicht diese Rücksetzer nutzen, um sich dann aus Swing-Trading-Sicht hier zu positionieren. Und im Börsenhandel da 8, 9 Prozent nach oben und dann nachbörstlich dieselbe Strecke wieder zurück. Das spricht ja auch dafür, dass das Intraday eine sehr volatile Aktie ist, die man dann auch kurzfristig handeln kann. Genau, ist auch ein interessanter Wert, um ihn kurzfristig zu handeln. Vielleicht dann auch kommissionsfrei über FreeStocks, eventuell auch mit einem kleinen Hebel. Von daher gerne mal in der Demo testen und ausprobieren. Davon gehe ich aus. Ganz lieben Danke für die Infos und bis morgen, Ronald Jägen. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.